Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 547. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. Ja, und bevor wir gleich darüber sprechen, wie viel Motivation wir gerade haben, über die Eintracht zu sprechen, natürlich ein bisschen Hausmitteilungen am Anfang einer Eden-Sendung und wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns unterstützen könnt, damit wir uns ja Woche für Woche zwingen, über die Eintracht zu reden in der aktuellen Situation. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt und das muss auch nicht unbedingt immer finanziell sein, auch wenn wir uns da sehr drüber freuen. Aber wir freuen uns auch genauso über Empfehlungen oder auch Rezensionen auf den gängigen Podcast-Plattformen, Kommentare auf den verschiedensten Plattformen. Ihr findet uns ja neben jedem guten Podcatcher auch auf Spotify und YouTube, also von daher, wenn ihr da vielleicht eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst, dann unterstützt uns das auch schon gewaltig. So, und jetzt sprechen wir mal über die Eintracht und über dieses Spiel vom vergangenen Freitag und wir waren gerade eben im Vorgespräch schon so ein bisschen dabei, zu erörtern, wie groß unsere Motivation gerade generell ist, über die Eintracht zu reden. Patricia, wie groß ist denn deine Motivation gerade über die Eintracht zu reden? Niedrig, muss ich sagen. Sehr niedrig. Ja. Das liegt auch daran, dass ich langsam nicht mehr weiß, was ich noch erzählen soll, weil selbst wenn ich mal eine Pause, eine Woche Pause mache oder irgendwie verhindert bin und hier nicht mitsprechen kann, denke ich mir, ich habe schon trotzdem zu oft alles wiederholt, was ich zu sagen habe. Und jede Woche denke ich mir aufs Neue, was soll ich jetzt Neues erzählen? Und es gibt nichts Neues. Ich kann nichts Neues erzählen, weil jedes Spiel halt irgendwie dem anderen gleicht und man das Gefühl hat, das ist jetzt einfach so. Und irgendwie kann man auch oder also ich habe zumindest nicht mehr die Energie, ja, da viel dazu zu sagen, beziehungsweise ich kann mich auch nicht mal mehr so richtig aufregen, weil ich mir denke, naja, es ist jetzt halt, ich wurde so eingelullt. Es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Und irgendwie habe ich auch nicht mehr die Energie, mich besonders aufzuregen, weil ach, was bringt es mir jetzt auch noch? Und andererseits habe ich auch keine leichten Lösungswege, weil das haben wir, glaube ich, diese Saison schon zu Genüge diskutiert. Ja, und dann sitze ich hier auf einen Dienstag und denke mir, schauen wir mal, über was wir heute reden und ob es irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt zur vergangenen Woche. Dennis, findest du denn Dinge, die wir noch nicht besprochen haben, wenn wir jetzt mal auf dieses Spiel gegen Bremen gucken und vielleicht die roten Karten mal noch einen Moment außen vor lassen? Aber gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben oder was in diesem Spiel anders war als in den Spielen davor? Anders? Ja, anders war, dass Collins mal sein Startelfdebüt bekommen hat. Also das war mal was anderes. Oder generell sein Bundesliga-Debüt, muss man eher sagen. Richtig. Nein, du merkst, das Personal, es wird ein bisschen rumrotiert und, aber da bin ich voll bei Patrizia. Das Problem ist, es ist und bleibt der Faden, der rote Faden fehlt, das Spielsystem fehlt. Es ist alles sehr viel Stückwerk und das sprechen wir, ihr habt es gerade, oder Patrizia hat es richtig gesagt, das ist seit Woche zu Woche zu Woche. Es ist immer das Gleiche und ich werde jetzt heute auch wieder den typischen Satz jeder Woche nochmal auspacken, den ich zumindest, wenn ich hier dabei bin, immer sage, meine Güte, wie kann man denn bei Standards so grauenvoll sein? Und du siehst es, dass es ein absolutes, geniales Mittel ist, um auch aus Spielen, in denen du nicht die agilere und bessere Mannschaft bist, trotzdem was zählbares mitzunehmen. Bremen hat es genau richtig gemacht, ein Standard, ja, machst dann, machen daraus das Tor. Aber es ist schon bitter, also du merkst, es ist leider, und das ist wirklich, wie Patrizia sagt, jedes Mal das Gleiche, es kam wieder nichts Neues dazu und es ist ein kleines Stückwerk und es wirkt auch manchmal ein bisschen aktiver. Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, auch an der Stelle, danke, dass Leute auf der Straße oder mit denen man im Stadion noch spricht, noch so motiviert sind und sagen, Mensch, ich habe so viel Gutes von der Eintracht gesehen und da war ja richtig Agilität und die waren ja richtig motiviert. Ja, das fehlt mir auch mittlerweile so ein bisschen dieses absolute, die Kleinigkeit, die für mich als absolutes Minimum da ist, jetzt jede Woche rauszustellen und zu sagen, immerhin haben sie ein bisschen aktiv, immerhin war es auch nur Bremen. Das ist halt dann auch wieder sowas, das war halt auch, Bremen war ja auch jetzt nichts Tolles. Aber gut, René, vielleicht hast du ja noch was, was mich mehr aufmundern kann als meine Worte. Ja, ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, bevor ich gleich zu meiner Wahrnehmung komme oder was ich zu dem Spiel sagen würde, glaube ich generell einfach, dass so ein bisschen gerade, ja, ich glaube, man würde sagen, die Luft raus ist, dass einfach sehr viele Eintracht-Anhänger gerade massivst demotiviert sind, was ich zum gewissen Grad komplett nachvollziehen kann. Und dass egal, was man da jetzt sagt, dass an dieser Thematik einfach nichts mehr ändern wird. Wer gerade einfach keine Motivation hat, der kann ich jetzt auch mit irgendwelchen Wahrnehmungen, Fakten, whatever, um die Ecke kommen. Das wird das Thema wahrscheinlich in keinster Weise irgendwie ändern. Zu dem Spiel an sich, ich fand schon, dass es eine Veränderung der Eintracht gab, dass sie wesentlich motivierter war. Topmüller hatte ja im Vorfeld in der Pressekonferenz gesagt, dass er in dem Spiel mehr Aktivität sehen will, dass sie planen, mehr Aktivität zu zeigen, dass man da irgendwie aktiver reingehen will. Und ich fand, das hast du schon gesehen, es gab sehr viele Balleroberungen von Anfang an, es gab sehr viel Bemühen. Es gab sogar den ein oder anderen tatsächlichen Torschuss, auch wenn der eher so in die Kategorie C-Jugend teilweise einzuordnen ist, zumindest was so die Kraft hinter dem Ball irgendwie angeht. Aber ich fand schon, dass da wesentlich mehr Bemühen der Eintracht unterwegs war. Und klar, ja, es war jetzt vielleicht nur Bremen, aber wir haben uns ja in dieser Saison auch durchaus schwer getan gegen andere Gegner. Also muss man auch, glaube ich, schon sagen, dass man gegen Bremen auch erstmal eine veränderte Leistung zeigen muss. Weil das hat ja jetzt in den letzten Spielen auch nicht daran gelegen, dass die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, so wahnsinnig viel strukturierter, besser, geordneter und aktiver waren. Sondern in ganz vielen Fällen lag es ja auch einfach daran, dass wir einfach da jetzt keine wirkliche Energie auf den Platz gekriegt haben. Also von daher kann ich da, finde ich schon, dass man da ein Stück weit das würdigen kann, dass man da aktiver war, dass man die Chancen, die man hatte, und die waren ja durchaus gegeben, halt einfach nicht genutzt hat, um halt einfach diesen Ball dann letztendlich da mal über die Linie zu bringen. Und dass man auch im Verlauf des Spiels gesehen hat, dass damit dann zum gewissen Grad das Selbstvertrauen schwindet und man sich dann irgendwann eben nicht mehr getraut hat, aufs Tor zu schießen, sondern eher nochmal irgendwie, weiß ich nicht, nochmal irgendwie eine Runde rumzuspielen oder irgendwas. Das hast du dann halt schon einfach gemerkt. Und das ist halt das Ärgerliche an der ganzen Thematik, finde ich. Aber ich fand durchaus positive Punkte an diesem Spiel. Patricia, wie viele positive Punkte kannst du aus dem Spiel mitnehmen? Ja, also ich fand jetzt nicht, dass man da die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber ich glaube, das haben wir diese Saison jetzt auch nicht. Ich glaube, das erwarten wir jetzt auch gar nicht mehr. Ich finde, an der Motivation hat es generell nicht gescheitert, auch zuletzt nicht. Also ich finde, man hat schon immer gemerkt, dass zumindest die Spieler, die auf dem Platz sind, die allermeisten davon wollen und irgendwie schon auch bissig sind, mal mehr, mal weniger. Aber es gab auf jeden Fall, ich glaube, in den allermeisten Spielen Phasen, wo man das Gefühl hatte, die geben sich ja nicht auf. Und die wollen ja auch zurückkommen, wenn sie in Rückstand geraten. Und vor allem dann, habe ich das Gefühl, also es läuft ja vor allem dann was auf dem Platz, wenn man irgendwie in Rückstand gerät oder wenn man gerade den Ausgleich erzielt hat. Und dann merkst du, die wollen, die wollen mehr. Und die sind schon motiviert. Ich glaube, daran scheitert es nicht. Ich verstehe nur nicht, ja, also es ist irgendwie halt behäbig und ein bisschen unkreativ. Und ich glaube, das liegt wirklich zu großen Teilen daran, dass man seine Stärken nicht ausnutzt auf dem Platz. Also es ist ja ganz häufig, wir haben es ja schon hundertmal gesagt, dieses Rumgeschiebe vom Ball, dieses Ballbesitzding und dieses sichere hinten rausspielen. Aber das ist dann irgendwie, ja, zu, zu, also ich will nicht sagen zu sicher, weil man ja auch immer noch, und das haben wir gegen Bremen gesehen, zu viele Fehlpässe spielt, was nicht hilfreich ist. Vor allem nicht in diesem Aufbauspiel, was man anscheinend anstrebt. Aber man merkt eben auch, dass es gerade dann besser läuft, wenn man eben mal das Tempo nutzt. Und davon haben wir, also das sind ja, also ich sehe da die Stärken der Eintracht, dass du Spieler hast wie Knauf, wie meinetwegen auch ein Ebimbe oder ein Mammusch, die enorm schnell sind, die du ja in Szene setzen kannst mit einfachen Pässen. Also irgendwelche Steckpässe oder auch lange Bälle, lange Bälle auf Mammusch funktionieren in sehr vielen Fällen sehr, sehr gut, weil der halt einfach schneller ist als die Abwehrreihe. Und das sind dann auch die Situationen, in denen ich sehe, dass es gefährlich wird, wenn es mal schnell geht, wenn man irgendwie den geraden Weg nach vorne sucht, ohne jetzt irgendwie noch viele, ja, Pässe im Mittelfeld dazwischen zu stecken. Und das passiert mir zu selten. Und das passiert aber komischerweise genau dann, dieses schnelle Spiel nach vorne, dieses weniger überlegen, sondern einfach mal instinktiv machen, passiert meistens dann, wenn du irgendwie in Rückstand geraten bist. Also ich habe das Gefühl, dann fällt so ein Schalter im Kopf bei den Spielern, wo die sagen, Mist, wir müssen jetzt was machen. Wir liegen hinten, wir wollen das Spiel doch gewinnen. Und auf einmal funktioniert es. Und ich weiß nicht, was das freisetzt. Ich weiß nicht, ob die sich dann irgendwie instinktiv dagegen entscheiden, die anberaumte Spielidee zu befolgen. Ob die dann einfach instinktiver spielen und so ein bisschen auf Panik, also nicht Panik, ich finde nicht, dass sie panisch rumrennen, aber so einen Panikmodus dann einsetzt, wo du sagst, Mist, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann funktioniert es auf einmal, wenn du den Kopf so ein bisschen ausschaltest. Oder was das ist, wo dann auf einmal diese Motivation, nicht Motivation, aber wo auf einmal dieser Tatendrang einfach nach vorne zu spielen herkommt. Weil das machst du nicht von Minute Null an. Du startest vielleicht manchmal so, weil du da irgendwie noch motiviert bist, eine Ansprache bekommen hast. Und dann startest du vielleicht fünf bis zehn Minuten so. Dann schläft das ein bisschen ein. Oder der Gegner hält dagegen. Und dann passiert ganz lange irgendwie nichts Kreatives oder Gefährliches mehr, bis du eben deinen Gegentreffer kassierst, aus dem Nichts mal wieder, durch irgendeine Standardsituation. Und dann bist du wieder da. Und das ist mir ein Rätsel, warum das nicht immer geht. Weil auch die letzten zehn Minuten oder so in dem Spiel jetzt gegen Bremen, auch wenn du eine rote Karte kassiert hast, ich fand trotzdem, dass da Leben drin war. Und das sind immer die Minuten, in denen ich als Fan am meisten da bin und am meisten das Gefühl habe, jetzt könnte was gehen. Und ich habe aber auch ganz lange, ganz viele Phasen im Spiel, wo ich denke, boah, irgendwie, heute geht wieder nichts. Und das müsste man abstellen. Aber ich weiß nicht, wie. Und ich kann es mir auch nicht erklären, woher das kommt. Ja, guter Punkt. Auf jeden Fall, Patricia. Es ist ja dieses Verkopfte. Auf Sicherheit hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit häufiger gespielt, dieser Lieber im Strafraum noch mal hinten dreimal durch den Strafraum gespielt, als den erlösenden Pass nach vorne. Ja, es ist nach vorne aber genau das gleiche Problem. Irgendwie wird dieses Mittel mit dem Tempo und eigentlich der einfache Pass, du hast gesagt, Mamouche kann es normalerweise aus allen Positionen anspielen. Er macht immer was Gefährliches aus dem Ball, wenn er jetzt nicht mit drei Leuten, die mal auf den Füßen stehen, konfrontiert ist, sondern mit dem Tempo auch ein bisschen arbeiten kann. Knauf ähnlich, Ebimbe auch. Bin ich bei dir. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es wirklich dieses Sicherheitsdenken, was einfach im Kopf drin ist. Oh, lieber noch mal nach vorne getragen und noch mal versucht, irgendwie eine kleine Passstaffette zu starten. Und wir haben es halt gesehen. Leider Gottes funktioniert es auch nicht immer. Dann kommen gefährliche Angriffe aus den Fehlpässen. Ja, ich kann es mir nur so erklären, dass einfach der Kopf dann zu dem Zeitpunkt eben auf, jetzt brauchen wir auch nicht mehr auf Sicherheit zu spielen, jetzt müssen wir eh Gas geben, dass da dann vielleicht der ein oder andere Pass oder die ein oder andere Staffette gelaufen wird, die vorher eben einfach aus Sicherheitsgründen nicht genommen wird. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir nur so erklären. Regi, hast du noch eine Erklärung? Nee, habe ich auch nicht. Auch nicht wirklich. Ich fand schon, dass das, was Patrizia da angesprochen hat, gerade in dem Bremen-Spiel in vielen Situationen deutlich geworden ist, dass man im Mittelfeld den Ball erobert hat und dann kurz überlegt hat, das Tempo anzuziehen und schnell nach vorne zu spielen und es dann wieder gelassen hat, obwohl man ja da Chancen hat. Ich verstehe auch nicht ganz, warum man das nicht tut, weil für mich gibt es jetzt keinen großen Unterschied, ob du im Zweifelsfall halt dann unnötig im Mittelfeld den Ball verlierst oder halt den langen Ball spielst und dann den Ball verlierst. Am Ende des Tages steht in beiden Fällen ein Ballverlust da, nur dass der im Mittelfeld sogar wahrscheinlich noch kritischer ist, als wenn sie ihn am eigenen 16er irgendwie erobern, die Bremer. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass man diese Option nicht gezogen hat und ich fand auch, dass Mamouche an der einen oder anderen Stelle da durchaus genervt wirkte bei dem Thema. Aber ja, es scheint irgendeinen Grund zu geben, aber er schließt sich mir nicht. Aber das ist auch das Ärgerliche, dass du ja wirklich in Situationen kommst, in denen du den Ball ja auch gewinnst. Also das wird zum Teil wirklich gut gemacht. Also ich erinnere mich an Knauf hatte einige Situationen, wo er einfach gut den Ball erobert hat, aber dann geht es halt, wie du sagst, nicht weiter. Oder wenn es weitergeht, verlierst du den zwei Stationen wieder. Und das regt mich so auf, dass dann meinetwegen Bremen hat auch einige Fehlpässe gemacht oder irgendwelche Fehler, wo es der Eintracht quasi geschenkt wurde, der Ballbesitz. Und dass du daraus dann nichts machst, sondern im Gegenzug den Ball quasi irgendwie netterweise zurückgibst durch einen eigenen Fehler. Das finde ich wirklich schlimm. Und das ist so schlimm anzusehen, weil du dir denkst, boah, das war ein guter Ballgewinn, jetzt kann es was werden. Und du bist ja irgendwie trotzdem naiverweise voller Hoffnung, nur um dann zwei, drei Stationen später wieder zu sehen, ach nee, das war dann wieder ein Fehlpass von der Eintracht und wir sind wieder zurück im Ballbesitz Bremen. Und dann geht es wieder hin und her. Und dann haben wir wieder das Spiel. Und wenn es dann gerade mal schnell gehen kann, weil gerade das ist es ja, diese schnellen Ballgewinne und dann das schnelle Umschalten nach vorne, was ich vermisse, wo ich auch glaube, dass das die Eintracht wirklich kann und dass das Spielermaterial dafür auch da ist, dass man aus diesen Situationen dann einfach nichts oder zu wenig macht. In den seltensten Fällen wird es dann wirklich so, dass man sagt, hey, den haben wir echt mal gut ausgespielt. Nee, meistens irgendwie wird, wie du gesagt hast, irgendwie mittendrin abgebrochen oder doch wieder der Pass nach hinten gespielt und dann versucht aufzubauen in Ruhe. Obwohl das ja gar nicht vonnöten ist. Es würde ja viel, viel schneller und viel gefährlicher auch werden, wenn du schnell umschaltest. Die Abwehr hat gar keine Zeit, sich zu sortieren. Wenn du aber diesen Ball nach hinten wieder spielst und irgendwie selbst aufbauen willst, warum auch immer, stehen die wieder sortiert und dann kommst du wieder zu nichts. Und das macht mich fertig. Das ist wirklich eine der Sachen, die mich richtig aufregt, dass du eigentlich ja gutes Pressing, gutes Gegenpressing auch hast, je nachdem, den Ball gewinnst und es dann aber trotzdem nicht verarbeiten kannst beziehungsweise nicht deinen Vorteil draus ziehen kannst. Und das ist schade, weil das sind eben die Situationen, in denen du dich ja auch mal in so ein Spiel reinkämpfen kannst, wenn du es schon nicht über Standardsituationen machen kannst. Was glücklicherweise auch Dennis schon angesprochen hat, da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen, sonst werde ich wieder traurig oder sauer oder ich weiß es auch nicht mehr, was ich sein soll. Wobei es schon ja auch Aktionen und das gab, die hatten wir in dem Bremen-Spiel auch das Häufigeren, dass wir wirklich den Ball gewonnen haben, dass wir in diese Umschaltsituation gegangen sind und es dann am Ende nicht geschafft haben, da halt wirklich eine gefährliche Situation draus zu kreieren. Wir hatten einmal diese Situation ziemlich am Anfang, wo Knauf links vom Sechzehner der Bremer den Ball erobert und das Ding dann da nicht irgendwie gefährlich in die Mitte kriegt. Dann hatten wir auch noch mal kurz danach die Situation, wo der Bremer-Torwart den Ball so halbherzig da irgendwie zur Seite rausspielt und wir ihn erobern. Und am Anfang der zweiten Hälfte hatten wir das auch noch mal, wo wir es nicht mal schaffen, den Ball auf den eigenen Mann in der Mitte zu bringen, sondern an irgendeinem Abwehrspieler hängenbleiben. Also selbst in den Momenten, wo wir es geschafft haben, mal diese Umschaltsituation wirklich bis Richtung Tor auszuspielen, haben wir es halt irgendwie nicht hingekriegt. Aber ich denke, da ist tatsächlich Quantität auch wichtig, dass du einfach versuchst, es immer wieder reinzuspielen. Die Verunsicherung merkst du ja auch der Mannschaft an. Das ist einfach so. Ich weiß auch nicht, Patrizio, du hast vorhin was gesagt. Man versteht gar nicht, warum es so gemacht wird, so dieses Abbrechen, Zurückspielen. Das Einzige kann ja nur sein, dass es taktisch von außen auch irgendwo der sichere Ball soll genommen werden. Vielleicht auch, dass sie einfach die Situation ein bisschen überfordert sind, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das ist auch wirklich kompliziert, so ein Spiel zu lesen. Vielleicht fehlt es da auch an einer geordneten, guten, muss man sagen, dann auch Mittelfeldachse, die wir ja momentan einfach auch schmerzig vermissen. Wir alle haben die letzten Wochen jetzt hier mit Skiri gesagt, oh je, so richtig in Form ist er auch nicht und macht da Probleme. Jetzt fällt er ausgefallen. Ein Tutor ist für mich da auch kein idealer Ersatz mit Götze. Ja, das ist so. Es sind einfach Situationen, wo du merkst, da könnte es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle jemanden brauchen, der einfach auf dem Platz diese Dynamik mitbringt. Weil von außen, ich denke, ein Top-Möller gibt den schon vor, entscheidet in der richtigen Situation, ob ihr den Pass spielen wollt. Aber spielt den Ball nicht sinnlos? Das ist ja so eine klassische Floskel, die dann von außen kommt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, wenn du eben nicht auch jemanden Leader auf dem Platz hast, der im Mittelfeld ist, der das dann auch ein bisschen dirigieren kann. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, natürlich mit etwas hochgegriffen, mit Toni Groß, der natürlich sowas in idealer Performance auch dann mitnehmen kann, wo die Spieler eigentlich auf ihn achten können und gar nicht mehr selbst nachdenken müssen. Will ich ihn lang, will ich ihn kurz spielen und so weiter. Ich denke, das würde der Eintracht unglaublich gut tun. Deshalb hoffe ich auch, dass wir hier schauen, dass wir auch in den nächsten Spielen, wenn jetzt wirklich ein Skiri weiter ausfallen sollte, vielleicht noch mal was testen, vielleicht auch noch mal eine neue Achse versuchen. Um da noch mal vielleicht auch jemanden etablieren zu können, der uns dann in der Zukunft auch weiterhelfen kann. Zu dem anderen Punkt mit den Leuten, die, weiß ich gar nicht, wie es euch gegangen ist, die Bank war. Wir haben ja schon vorhin gesagt, Collins hat eh von Anfang an gespielt, ein Tutor auf, ich sage jetzt mal, ein bisschen vorgezogener Position noch. Wie seid ihr denn mit dieser Aufstellung zufrieden gewesen und wie mit den Wechseln, die dann kamen? Denn du siehst meiner Meinung nach, dass der Kader insbesondere in der Breite dann auch ganz schön löchrig ist. Oder sehe ich das dann wieder zu kritisch? Also ich fand Tutor erstmal auf dieser Mittelfeldposition nicht verkehrt. Also er hatte ja auch, glaube ich, so ziemlich jeden Zweikampf, in den er reingegangen ist, den hat er dann auch irgendwann für sich entschieden. Also ich fand, er hat das ganz ordentlich gemacht. Er hat dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ein Defizit, was dann die Spieleröffnung oder irgendwas angeht. Und dafür brauchst du halt schon auch vielleicht jemanden auf der Position, wenn du den Ball eroberst, der den dann ein bisschen gezielter in die Offensiv reinbringen kann. Aber zumindestens, was so den defensiven Part angeht, fand ich, hat er das sehr ordentlich gemacht. Und gerade auf dieser Position des defensiven Mittelfelds, das war ja etwas, was wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch am Anfang der Saison und spätestens nochmal in der Winterpause besprochen haben, dass wir gesagt haben, wir finden es an dieser Stelle einfach ein bisschen dünn besetzt, weil du davon ausgehen musst, dass ein Larsson vielleicht einfach mal so ein bisschen eine Hängepartie-Phase haben wird, weil er halt einfach wahnsinnig jung ist. Und häufig verletzt ist leider, ja. Ein Stück, ja, ist jetzt häufig verletzt oder länger verletzt. Aber selbst wenn er nicht verletzt gewesen wäre, kannst du jetzt nicht von einem 90-Jährigen, der sein erstes Jahr in der Bundesliga spielt, der aus einer finnischen oder schwedischen Liga kommt, kannst du nicht erwarten, dass der 34 Bundesliga-Spieltage auf Spitzenniveau durchspielt. Der hat das sowieso schon in mehr Spielen gemacht, als man wahrscheinlich hätte von Anfang an erwarten können. Da musst du einfach davon ausgehen, dass der irgendwann eine Hänge partiert. Tja, dann hast du daneben in Skiri. Und wen hast du denn dann noch im Kader, der diese Sechser-Position, der originär diese Sechser-Position irgendwie begleiten kann? In Hasebe. Theoretisch Ibimbe noch, aber das ist immer so eher ja auch... Ja, Ibimbe, den du auch irgendwie permanent irgendwie als irgendwie Lückenfüller auf verschiedensten Positionen irgendwie einsetzen musst, der vielleicht auch selbst nicht mehr weiß, was so seine Stammposition ist und der auch immer so zwischen totaler Übermotivation und totaler Demotivation irgendwie schwankt. Ja, kannst du da hinsetzen, aber ist jetzt auch nicht unbedingt die erste Wahl für mich an der Stelle. Du bist halt einfach generell bewusst bei dieser Position defensives Mittelfeld so ein bisschen in dieses Gamble gegangen, zu sagen, dass du da halt eben keinen hast. Klar, du hättest noch einen Donny van der Beek, hast du noch, den du da auch hättest irgendwie stellen können, der auch defensives Mittelfeld kann, den du aber ja auch bekommen hast, ganz offensichtlich, und das haben wir ja auch gesagt, als wir über den Transfer gesprochen haben, dass die Eintracht den bekommen hat, weil der jetzt gerade nicht auf einem Top-Niveau ist und auch so ein bisschen seiner Leistung mehr oder deutlich mehr hinterherhinkt. Also auch das war ein klares Gamble für diese Position. Man ist von vornherein da reingegangen mit dem Wissen, dass wenn da Leute ausfallen, dass das sehr haarig wird und genau die Situation haben wir jetzt. Ja, naja, da kann ich leider nicht widersprechen. Das ist leider wirklich, war vorauszusehen, dass das zumindest nicht üppig besetzt ist. Das ist halt, ja, du hast ja recht. Dann kommst du mit dem Thema irgendwie, ja, dann musst du dein Spielsystem irgendwie ändern, aber wenn du es noch schon nicht geschafft hast, in dem einen System richtig anzukommen, dann irgendwie in der Saison situativ noch irgendwie System 2, 3, 4, 5 auszupacken, weiß ich nicht, ob das jetzt auch irgendwie so die richtige Variante ist. Dann sehe ich doch auch schon wieder die Kommentarschreiber, die irgendwie dann am rummeckern sind, weil man sich vercoacht hat, weil man irgendwie ein falsches System gewählt hat. ist richtig. Ja, wobei, also ich finde, um nochmal auf Tuta zu sprechen zu kommen, der hat ja bis auf seine rote Karte, wenn man die jetzt mal ausklammert, was man natürlich nicht kann, aber ich mach das jetzt mal, um zu demonstrieren, der hat echt eigentlich ein gutes Spiel gemacht auf der Position. Also der hat, wenn er die rote Karte nicht kassiert hätte, wäre das eine Top-Leistung gewesen und da hätten wir, glaube ich, auch gar nicht diskutieren müssen. Der war einer der stärksten auf dem Platz und von daher finde ich das ja auch gut, dass man das ausprobiert hat und das ist ja jetzt auch nicht sein erstes Spiel auf der Position, aber ich glaube, wir waren alle, als er das erste Mal da aufgetaucht ist, irgendwie so ein bisschen so, hä? Ja, stimmt. Aber wenn es geht, dann klar, gerne und ich glaube, man weiß ja auch, auf was man sich einlässt, dass man dann eher wirklich so einen Abräumer-Sechser, einen defensiveren Sechser hat und jetzt keinen, der irgendwie das Spiel nach vorne besonders krass belebt, wobei du halt auch zumindest seine Kopfballstärke dann immer noch mit nach vorne ziehen kannst, aber kannst du ja auch, wenn er eine Innenverteidigung ist. Aber wie gesagt, du weißt, was du kriegst, wenn du einen Innenverteidiger, der hauptsächlich Innenverteidiger spielt, auf die Sechs stellst. Aber dafür finde ich das echt gut. Was mich an der Aufstellung ein bisschen mehr gestört hat, ehrlich gesagt, ist, und das ist gar nichts gegen Philipp Max, aber ich will tatsächlich in Kunku auf der linken Seite sehen, weil ich finde, dass der das Offensivspiel so belebt, der hat auch Tempo, der macht mal Dribblings nach vorne, der spielt auch so diese Flanken oder diese Halbfeldflanken zum Teil, die kommen aber auch gut, gefährlich auf Mamouche und das kriegst du halt von Max nicht. Max ist eher so diese sichere Bank, ist defensiv vielleicht nicht so risikoreich wie in Kunku und wir kennen es alle, der geht dann irgendwie ins Dribbling und verliert den Ball kurz vorm eigenen Sechzehner und man fragt sich, warum macht er das? Aber ja, das ist die Kröte, die du schlucken musst, wenn du ihn aufstellst. Aber ich finde, dafür hat das schon echt viele Vorteile und ich habe es, glaube ich, schon vor Ewigkeiten mal gesagt, für mich muss links außen eigentlich einfach in Kunku spielen. und das hat mich eigentlich viel mehr verwundert, dass der da nicht zum Zug kommt, dass der auch nicht aufgestellt wird, auch nicht in einem Heimspiel, wo du ja eigentlich sagst, du bist zu Hause, du willst ja das Spiel irgendwie machen. Das hat mich irgendwie eher gestört, weil er kam ja dann auch später rein und ich finde, er hat dann auch trotzdem wieder das gebracht, was man halt von ihm kennt, dass der da wirklich so ein bisschen Wirbel macht auf der linken Seite und das hat mich viel, viel mehr gestört. Ansonsten ist es, glaube ich, auch so eine notgedrungene Sache gewesen. Du hast ja jetzt Skiri kurz vor, war das Skiri, der kurz vor Anpfiff, doch, ne? Ja. Genau. Und Larsson war noch nicht fit und dann stehst du da so ein bisschen und dann ziehst du Tutor vor und dann hast du Debutant Collins, der das, finde ich, auch wirklich gut gemacht hat für sein erstes Bundesligaspiel. Kann ich da nichts aussetzen. Ja, und es war so ein bisschen rumgeschieben, notgedrungen. Ich glaube aber auch, dass das mit im Bestandteil war, weswegen man sich auf Max da dann festgelegt hat, weil Collins ist ja jetzt auch nicht der klassische Innenverteidiger, der ist ja eigentlich auch eher so ein Rechtsverteidiger, Rechtsaußenverteidiger. Der ist ja auch schon teilweise wahnsinnig weit mit nach vorne gegangen und dann hat man sich, glaube ich, deswegen auch zum gewissen Grund für Max entschieden, weil wenn du dann auf beiden Seiten Spieler hast, die so wahnsinnig weit mit nach vorne gehen, dann hast du halt einfach eine riesen freie Fläche hinten in der Abwehr und deswegen wollte man zumindest mit drei Leuten ein bisschen mehr da hinten stehen. Ja, das sehe ich schon, aber dann musst du es, glaube ich, anders lösen. Also wenn das dann ist, wenn das so ein Problem ist, dass du, dann kannst du vielleicht einfach den Debutanten nicht bringen. Ich weiß es nicht, aber ich finde, ein Kunku ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil. plus du hast halt Tuta auf der Sechs davor gehabt. Also der kann sich schon auch noch in Situationen nach hinten fallen lassen und dann hast du halt eben wieder deine Dreierkette hinten drin. Also ich finde, man hätte es schon lösen können, vor allem zu Hause und vor allem auch gegen Bremen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die alles in Grund und Boden spielen, ehrlich gesagt, und man hat es gesehen. Die haben ja auch ihre eigenen Probleme und das war wirklich nicht die beste Mannschaft, die ich jemals gesehen habe, aber anscheinend hat es ja auch gereicht gegen die Eintracht, weil ich auch auf der anderen Seite sagen muss, das war auch nicht die beste Eintracht, die ich je gesehen habe. Also es gleicht sich wahrscheinlich aus, aber im Endeffekt, es war jetzt kein Gegner, wo du sagst, boah, ich brauche hinten die extreme Absicherung, weil sonst fangen wir uns zehn Stück. Ich glaube, das wäre so oder so nicht passiert, weil Bremen da selbst nicht so richtig weiß, wie sie das ausspielen sollen. Also ohne jetzt irgendwie respektlos zu klingen, aber ich glaube, man sieht, dass die auch mit sich und ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Von daher, ja, ich hätte es mir gewünscht, also wie gesagt, Max ist eigentlich auch eine solide, man kann auch gar nichts dagegen sagen, weil er eigentlich immer solide Leistung bringt, aber ich finde, Nkunku hat mehr diesen Überraschungsmoment und mehr diese Impulse, die ich mir halt nach vorne wünsche, die so oft irgendwie fehlen. Bin ich bei dir auf jeden Fall, mir gefällt Nkunku auch auf der Position besser. Muss sagen, was ein bisschen irritierend war, die Aufstellung in dem Sinne, bin ich voll bei dir. Bremen kam ja aus vier der fünf Niederlagen in Folge zu uns. Das sind natürlich dann schon Situationen, die wir, das ist oft so, dass wir das nicht ausnutzen, nicht kaltschnäuzig, wir haben es ja probiert. Also ich bin da auch bei, ich glaube, Patrizia, du hast es gerade gesagt, sicherlich war das auch der Notgedrungen und Tutor hat das auch in der Hinsicht gut gemacht. Auch normalerweise, vom Papier her, sieht die Kombination eigentlich auch so aus, dass man sagt, Mensch, ein defensiver Sechser und dann noch ein Götze davor, der das dann ein bisschen, oder dabei, in Anführungszeichen davor, also dabei noch, der sich auch da einbringen kann, das ein bisschen leiten kann. So vom Papier her, sieht das auch alles stimmig aus. Aber es ist so richtig mitgenommen, gerade halt in dieser Vorwärtsbewegung, da hapert es halt doch noch ganz gewaltig. Und auch ein Tutor, das ist, René, du hast es glaube ich vorhin schon gesagt, ja, das kann man nicht erwarten, dass er auf einmal das Spiel leitet und hier den Chef auf der zentralen Mittelfeldposition macht. Das will auch gar niemand. Also er macht da ja schon viel und er hat auch durchaus so ein bisschen Talent, sich dann da auch situativ ganz gut da irgendwie rauszulösen. aber er ist jetzt halt auch nicht der große, der große Stratege und mit der großen Weitsicht und der jetzt dann aus der Position heraus irgendwie so einen Querball hoch in die Spitze irgendwie spielt. Das ist er dann halt auch nicht. Das macht den Larsson halt schon einfach besser. Den kann sie halt an der Stelle dann eher, glaube ich, für sowas einsetzen. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen. Also jetzt am Wochenende muss ja eh wieder umgestellt werden, aber wir mal sehen, zwangsläufig wird wahrscheinlich auch ein Larsson dann wieder von Anfang an reingeschmissen werden. Dann können wir es wirklich vergleichen. Aber ich bin da bei euch. Es ist wirklich, es ist ein bisschen schade, dass du oft dieses Tempo, was der Eintracht gut tun würde, dieses Tempo zu nutzen und die Situation einfach schneller auszuspielen, den Ballbesitz schnell in auch was, ja, einen Angriff umzumünzen. Das ist leider, ist immer noch nicht so, jetzt haben wir wirklich schon, wie lange sprechen wir jetzt hier, eine Dreiviertelstunde. Mal kurz habe ich gedacht, wow, okay, ja, das ist sowas, das könnte mich wieder mitnehmen und wenn man sich dann doch wieder anschaut, ist es wieder, ah, die Skepsis bleibt auf jeden Fall groß, ob wir das so gut umsetzen können wieder. Aber gut, so ist es halt. Ich glaube, es hängt auch nach wie vor damit zusammen, dass wir halt auch viele jüngere Spieler haben, viele neue Spieler haben, auch wenn es wahrscheinlich der ein oder andere nicht mehr hören kann. Aber es ist halt einfach so in dieser Situation und dass da halt auch, ja, eine gewisse Verunsicherung halt nach wie vor noch da ist, auch gerade, weil du halt dich, und das hatte ja auch Topmüller im Nachgang in der Pressekonferenz oder im On-Field-Interview, glaube ich, gesagt, und wir hatten es ja hier auch schon besprochen, dass du als Mannschaft oder dass die Eintracht einfach wahnsinnig viel Energiebemühungen reinstecken muss, diese Offensivaktionen zu kreieren, sich nicht dafür belohnen kann und dass das dann halt einfach mit zunehmender Dauer eine immer größer werdende Verunsicherung halt einfach herbeiführt, weil man einfach in so vielen Situationen entweder unnötig in Rückstand geraten ist und es dann auch gemacht hat oder halt eben dann blöd hinten raus die knappe Führung, die man irgendwie hatte, noch verspielt hat. Und ich glaube, das kriegen wir auch in dieser Saison nicht mehr raus. Also, so fies sich das anhört, aber wir müssen uns jetzt einfach damit begnügen, auch gerade, wenn wir auf das Restprogramm gucken, wobei ich glaube, dass wir uns da gegen die ein oder andere Mannschaft wahrscheinlich ein bisschen leichter tun können, weil man a, wenig erwartet und b, mehr Räume für uns auch irgendwie da sind oder da sein könnten. Aber wir können jetzt auch nicht in den letzten Spielen erwarten, dass da jetzt auf einmal irgendwie 4-0-Siege runterfallen. Das Thema ist halt auch für diese Saison durch. Muss es auch, glaube ich, gar nicht. Wäre schön, wenn wir am Ende hier natürlich unseren Platz noch halten und nächstes Jahr international spielen. Was mir aber viel wichtiger wäre, dass wir uns irgendwann natürlich auch jetzt in der Saison noch dazu entscheiden, was wollen wir denn am Ende sehen? Wohin soll es denn gehen? Du hast gerade von den jungen Spielern gesprochen, die auch integriert und eingespielt werden sollen. Ja, da bin ich voll bei dir, aber erstens, es macht keinen Sinn, dann ständig hin und her zu wechseln. Bin ich auch voll bei euch, dass du sollst eigentlich mit einer Mannschaft spielen, die am liebsten alle Spieltage jetzt runterhaut, auch gerade, wenn jemand ausfällt, natürlich austauschen, aber ansonsten an der Struktur nichts ändern. Aber ich sehe es momentan auch, das war wieder so viel Stückwerk am Wochenende, gerade am Freitagabend, dass ich wirklich, also so richtig, dass das Konzept und die Struktur, auf das auch vielleicht dann die Jungen sich einspielen sollen, da kommt es doch dann auch gar nicht drauf an, ob das jetzt, ich sage mal, gegen Stuttgart oder sonst wen, da jetzt die großen Siege oder die großen Punkte da jetzt noch drum herum kommen, weil das darfst du eigentlich gar nicht einplanen, aber du musst zumindest gucken, dass du das Konzept versuchst jetzt einzubringen, die Spielkultur reinzubringen und das habe ich immer noch nicht erkannt oder bin ich da, habe ich irgendwas nicht gesehen, war vielleicht am Freitag jetzt doch der Schritt nach vorne, denn das, was wir jetzt besprochen haben, habe ich auch alles gesehen, dass du ein bisschen mehr Torchancen der spielt hast beziehungsweise Aktivität ein bisschen mehr gesehen hast, aber so eine Struktur und einen roten Faden hinter dem gesamten Konzept habe ich immer noch nicht erkannt oder bin ich immer noch zu skeptisch. Das ist jetzt die heiße Kartoffel, die keiner haben will, ne? Ne, es ist halt, ja, diese Weiterentwicklung, bei vielen hat es ja schon vor Ewigkeiten aufgehört, die gesagt haben, ich habe die ganze Saison keine Weiterentwicklung gesehen, ich habe so das Gefühl, wir haben immer so ein bisschen so ein Vor- und ein Zurück gesehen zumindest, also ich weiß noch, es gab diese Phase, wo ich gesagt habe, ach, immerhin sind sie nicht nach dem Gegentor auseinandergebröselt und immerhin kämpfen sie sich zurück und immerhin sieht man ja, dass sie wollen und so und an dem Punkt sind wir, finde ich, auch schon wieder, also dass du merkst, das ist stabil, du gehst in Rückstand oder du bist, also du weißt, das ist eine Mannschaft, die kann und will sich wehren und die bäumt sich auf, aber du bist irgendwie noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, die sind selbstbewusst genug beziehungsweise gefährlich genug, um da wirklich Profit draus zu ziehen und vielleicht auch mal ein Gegner, der selbst am Taumeln ist, dann auch K.O. zu schlagen und eben nicht da weiter taumeln zu lassen, dass er sich wieder richten kann und sich dann doch irgendwie mit einem Unentschieden dann aus dem Waldstadion verabschiedet und sagt, hey, für uns ist das aber ganz gut, der Punkt und die Eintracht steht dann da und sagt, für uns ist das aber eigentlich irgendwie zu wenig und das war ja auch schon gegen Union so, dann holst du einen Punkt und für Union ist das vielleicht gut und du siehst auch, die spielen dann irgendwie auf Zeit und wollen diesen Punkt, und für die Eintracht ist das zu wenig und auch für den Anspruch der Eintracht ist das irgendwie zu wenig, aber die schaffen es halt nicht, mehr mitzunehmen und ich finde, der nächste Schritt fehlt, die müssen mir jetzt gar nicht mehr die Sterne vom Himmel spielen, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht wie, aber meinetwegen durch Glück oder weiß ich nicht was, einen, ja, wollte ich gerade sagen, Standard, der mal reinfällt, aber vielleicht einen Elfmeter, den du mal irgendwie zugewiesen bekommst. Genau, den wir jetzt nicht bekommen haben, aber da sage ich, was wäre jetzt gewesen, sagen wir mal, dieses Kochding wird ein Elfmeter und es steht 0-0 und auf einmal steht es 1-0, haben wir dann ein anderes Spiel? Ich weiß es nicht, ich hätte es gern gesehen, ob wir dann ein anderes Spiel haben, weil das passiert ja auch zu selten, also wir kommen ja durch solche Situationen nie ins Spiel, weil wir unsere eigenen Standards aus dem Spiel, also Freistoß, Ecken, nicht nutzen können und Elfmeter bekommen wir keine. Also werde ich es nicht erfahren, ob uns das was gebracht hätte. Und ja, das ist halt schwierig, aber genau, um zur Weiterentwicklung zu kommen, mir fehlt auch so ein bisschen dieses, ja, dass ich eine klare Linie sehe, dass ich weiß, das sind die Stärken der Eintracht und die spielen wir aus, weil das gibt es aktuell nicht. Es gibt dann vielleicht innerhalb eines Spiels immer mal gute Aktionen oder es gibt ein Spiel, was vielleicht so ein bisschen sich anfühlt wie ein Fortschritt, aber dann kommt das nächste und macht es wieder ein bisschen zunichte. Also es ist immer so ein Tauziehen, so ein Hin und Her und irgendwie befindest du dich dann immer so mal ein bisschen in der negativeren Hälfte, in der positiveren Hälfte, aber am Ende pendelst du dich dann so ein und es geht irgendwie nicht richtig voran und da sehe ich gerade die Eintracht hängen und ich habe das Gefühl, keiner weiß so richtig weiter und keiner weiß auch so richtig, wo stehen die gerade, aber so zufrieden ist auch keiner. Zurecht, also um das mal irgendwie, ich kritisiere hier nicht, dass hier irgendjemand unzufrieden ist, weil ich glaube, wir sind alle unzufrieden und ziemlich sicher auch die Mannschaft, der Trainer und der Sportvorteil. Ich glaube, es sind auch alle in dem Verein nicht zufrieden mit der Situation, wie sie ist, weil ich glaube, jeder hat sich das anders vorgestellt. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen nicht richtig zufrieden sein oder total unzufrieden zu sein. Das sind ja schon noch irgendwie ein gewisses Spektrum dazwischen. Also ich kann jetzt auch wieder nur von meiner Warte ausgehen. Ja, ich bin nicht so richtig zufrieden, weil ich sehe, das, was ich auch schon angesprochen habe, dass man viele Offensivaktionen versucht zu kreieren mit wahnsinnig viel Energie und sich dann nicht irgendwie belohnt. Aber kann ich deswegen, also bin ich deswegen komplett irgendwie unzufrieden? Auch nicht, weil ich halt schon auch noch irgendwie sehe, dass halt, auch das habe ich schon heute erwähnt und mehrfach vorher, wir einfach eine ziemlich neu zusammengestellte Mannschaft habe oder haben mit vielen Spielern, bei denen ich nach wie vor sehe, dass sie oder daran glaube, dass sie viel Potenzial haben, dass wir Spieler dabei haben, die man als Verstärkung geholt hat, die nicht so richtig zum Zuge kommen, weil sie dann doch irgendwie nicht so fit sind, wie man irgendwie gedacht hat. Aber so richtig, so richtig unzufrieden bin ich auch. Also die Frage ist ja, sehe ich irgendeine Gefahr, dass jetzt irgendwie aus dieser Situation heraus irgendwie der große Abrutsch kommt und wir dann auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, auf Platz 12 irgendwie landen. Und das sehe ich aber halt auch nicht. Also es ist so eine, ja, ich fühle mich da auch gerade so ein bisschen unentschieden. Es tut keinem weh, aber es bringt dich auch nicht so richtig voran. Also ich bin nicht komplett unzufrieden. Ich sehe da nicht die große Gefahr. Ja, aber was mir einfach fehlt, also was ich eigentlich auch damit meinte, mit dem Konzept, ihr habt das beide sehr gut ja genau dargestellt, dass man eigentlich nicht so hundertprozentig unzufrieden sein darf und kann, weil es viele Gründe dafür gibt. Man sieht auch ein bisschen was Gutes, aber das Konzept und das ist eigentlich ja der Stimme. Es darf ja niemals davon abhängig sein, ob du jetzt hier riesen Glück hast oder riesen Pech hast. Das hast du einfach, dass es mal, dass es so ist und dann können wir uns auch darüber aufregen, dass wir schon wieder keinen Elfmeter bekommen haben oder irgendwelche Situationen ein bisschen zweifelhaft waren. Alles gut. Das gehört zum Fußball dazu. Ist ja auch schön, dass wir uns dann hier drüber unterhalten können. Auf der anderen Seite, das Konzept, wenn ich jetzt klar sehen würde, oh, Topmüller hat ausgemacht, wir müssen auf Ballbesitz spielen und müssen uns den Ball hin und her schieben und müssen die Außen freispielen und dann kommen wir von außen einfach mit gefährlichen Flanken rein. Sehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe aber auch kein Tempo-Fußball, was wir vorhin gesagt haben, diesen Überfall-Fußball, dass du sagst, sofortige Balleroberung, anlaufen auf 110 Prozent so ungefähr und sobald du den Ball hast, nach vorne Tempo, Tempo, Tempo. Sehe ich auch nicht. Ich sehe auch nicht, dass wir uns ganz nach hinten und versuchen mit Tempo, mit Konter-Fußball, egal ob daheim oder auswärts, sowas zu spielen. Okay, also was ist das Konzept? Es ist so ein Stückwerk. Es ist dann mal, ah, in der Situation versuchen sie es so oder sehe ich das zu kritisch? Weil ich sehe das nicht und ich muss sagen, wir versuchen schon immer mal den Ball zu halten, aber dann sehe ich danach wieder, ja, da hast du einen Ball gehalten, dann gibt es den zweiten, dritten Pass und dann hast du den Ball verloren. Das kann ja auch nicht das Konzept sein. Was ist das Konzept? René, gerne. Wenn du skeptisch auch meiner Aussage gegenüber bist, bitte. Ich bin halt jetzt auch kein Fußballtrainer. Von daher tue ich mich da ein bisschen schwer, weil alle meine taktischen Verständnisse von Fußball habe ich primär von irgendwelchen Fußballmanagerspielen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt bestmöglich ausgebildet hat. Zum großen Strategen irgendwie qualifiziert. Aber ich sehe da zwei Punkte. Das eine ist, ich sehe schon ein gewisses Konzept, dass man sagt, man möchte aus einer stabilen Defensive mit viel Ballbesitz und dann möglichst entweder über die schnellen Außen, was man ja teilweise dann gemacht hat, nicht schnell aus der Situation heraus, aber dann eben aus der Defensive oder halt eben aus dem Mittelfeld heraus, was wir jetzt gegen Bremen weniger gesehen haben, versuchen, ja, vielleicht ein Stück weit ist behäbig das richtige Wort, in der aktuellen Situation diese Torsituationen zu kreieren. So, das ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, wo wir ein sehr Konter- und Pressing-intensives Spiel gewohnt waren, ist es halt einfach eine krasse Umstellung. Und ich glaube aber auch, dass so dieses richtige Etablieren dieses Systems und auch das Erkenntnis oder Erkenntlichwerden dieses Systems durch Erfolgserlebnisse, durch Erfolgssituationen wirklich irgendwie sich weiterentwickelt. Und diese Erfolgsmomente, die haben wir halt nicht. Okay, okay. So, deswegen ist die Entwicklung nicht so schnell, wie wir sie haben wollen. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, seitdem wir diesen Podcast machen, die 12. Saison, wo wir sagen, das ist eine Umbruchsaison. Und wir hatten auch bisher, das muss man halt auch dazu sagen, in ganz vielen von diesen Umbruchsaisons Umbruchsaison sehr viel Glück, dass das neue System oder die neue Art und Weise, wie man in dieser Umbruchsaison spielen wollte, das sehr schnell gezündet hat. Es kann aber auch so Situationen... Wir haben ja eigentlich immer wieder aufs alte System gegangen, oder? Aber gut, René, sag ja nicht weiter. Ja, wir haben es immer abgebrochen. Ja, und diesmal ziehen wir es halt einfach durch. Und dann kann es halt einfach irgendwas zwischen, weiß ich nicht, einer bis zweieinhalb, drei Saisons dauern, bis es richtig zum Tragen kommt. Ja, das verstehe ich. Siehst du das dabei? Ja, sorry. Wir glauben schon, dass wir uns dahin bewegen. Es ist halt eher momentan in so Trippelschrittchen und wir machen jetzt nicht irgendwie auf einmal den großen Fünf-Meter-Satz an der Stelle. Aber ich sehe schon, dass es da noch ein bisschen nach vorne geht. Ja, das verstehe ich. Und ich finde auch, das ist, wie gesagt, das ist relativ komplex. Und deswegen, ich bin ja auch so ein bisschen dazwischen. Ich bin jetzt kein kompletter Schwarzmaler, der sagt, hey, das geht alles gar nicht mehr und ich kann mich überhaupt nicht identifizieren und alles ist schlimm. Aber ich bin auch bei weitem nicht so, dass ich sage, ja, ich bin irgendwie zufrieden damit, weil das reicht halt auch nicht. Und ich bin auch noch unschlüssig, wie ich das jetzt bewerten soll. Also eben, weil diese ganzen Dinge wie Umbruch mit reinspielen. Dann fallen dir verletzt deine Stürmer aus. Das ist vielleicht nicht hervorragend geplant, aber im Endeffekt hast du im Winter zwei Stürmer geholt und der eine ist langzeitverletzt und der andere ist irgendwie gar nicht fit angekommen und hat dann gespielt, hat aber irgendwie scheinbar zu viel gespielt und ist jetzt verletzt. Was man auch hätte beides wissen können. Ja, eben. Das sind halt so Sachen, da sage ich, man hat zwar was gemacht, aber irgendwie war das auch nicht so, vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht oder man hat irgendwie gehofft, dass es sich besser entwickelt. Aber alles in allem, ich weiß halt nicht, diese Entwicklung, wie lang darf sie dauern? Weil ich finde auch, man muss einer Entwicklung auch Zeit einräumen. Gleichzeitig sehe ich aber auch den Druck dahinter, weil es kann halt nicht sein, dass du deine mittelfristigen, langfristigen Ziele damit so aufs Spiel setzt, weil im Endeffekt sollte ja trotzdem das Ziel sein, sich für Europa zu qualifizieren, vor allem in dieser Liga, in der das mehr als möglich ist. Und wenn du jetzt auf Platz sechs stehst, gerne, das ist okay. Wenn du diesen Platz aber nur inne hast, weil alle anderen auch irgendwie ein bisschen zu doof sind, sich davor zu kämpfen, dann ist es halt irgendwie schwierig, das zu akzeptieren. Und meinetwegen akzeptiere ich das sogar, wenn wir da irgendwie durchkommen, wenn sich die Eintracht da irgendwie durchwurschtelt und sagt, hey, wir haben jetzt Platz sechs diese Saison gehalten, okay, gut, immerhin. Aber mit dem Restprogramm ist die Gefahr schon sehr groß, dass man selbst das nicht mehr schafft. Und vor der Saison, wenn mir jemand sagt, Umbruchssaison und das sind die Fakten und wenn die Liga so läuft, wie sie läuft, ja, vielleicht muss man da mal ein Jahr mit einplanen, wo es halt mal nicht klappt. Aber jetzt mit dem Wissen, wie es um diese Liga steht und was die Gegner sind und was die Gegner diese Saison geleistet haben, muss ich sagen, das muss eigentlich schon drin sein. Und vor allem darfst du halt diesen Platz nicht verspielen, weil du gegen Darmstadt, Köln, Bremen, Union, gegen alle Mannschaften, gegen die du eigentlich eine Chance hättest, maximalen Unentschieden holst. Oder irgendwie deine Führungen verspielst und dann irgendwie nur einen Punkt holst. Das sind halt viel zu viele Sachen, die zusammenkommen, wo ich sage, irgendwo kannst du das halt nicht rechtfertigen, wenn es mal passiert. Ausrutscher gibt es immer oder wenn du mal eine schlechte Phase hast. Aber dass sich das so konsequent durchzieht, finde ich dann schon so ein bisschen, weshalb ich dann wiederum unzufrieden bin. Also ich bin auch zwiegespalten und ich bin, ja, ich weiß nicht so recht, wo ich stehe und wie ich es bewerten soll. Ich weiß nur, dass ich so, ja, so ein bisschen hin und her gerissen bin. Auch da, es fühlt sich wieder an wie so ein Tauziehen. Die eine Hälfte in mir zieht rüber und sagt, aber das sind die Voraussetzungen und das ist das Ding und du hast einen Umbruch und das braucht Zeit und ein komplett neues Spielsystem mit komplett neuen Spielern, einem komplett neuen Trainer. Das braucht Zeit und bei anderen Vereinen hat das auch Zeit gebraucht und funktioniert jetzt. Andererseits zieht dann die andere Hälfte und sagt, aber wie viel Zeit willst du geben und ist das aber verhältnismäßig, ist das noch im Verhältnis oder ist man wirklich irgendwie einfach, wird es noch was oder wird es nichts mehr und verspielt man sich nicht gerade hier irgendwie große Chancen? So, ne? Und ich bin dazwischen und weiß nicht so recht, wohin mit mir und was jetzt Phase ist. Und das ist sehr anstrengend. Ich glaube aber auch, dass wir diese Saison gerade wesentlich schlechter einschätzen, weil uns die emotionalen Momente fehlen und gerade als Eintracht-Fan hatten wir in den letzten Jahren sehr viele emotionale Momente, gerade auch im internationalen Geschäft und ja, dass man so früh aus dem internationalen Geschäft und aus dem lokalen Pokal oder nationalen Pokal ist es ja korrekterweise ausgeschieden ist, das ist definitiv ein Downer, aber wenn man jetzt nur auf die Liga guckt, glaube ich nicht, dass wir so schlecht da gerade unterwegs sind. Ja, es ist ein Schneckenrennen, aber wenn ich mir die Punkteausbeute ausgucke, wir stehen mit 42 Punkten auf Platz 6. Letztes Jahr hatte zum selben Zeitpunkt Platz 6 44 Punkte. Im Jahr davor hatte Platz 6 auch 44 Punkte. Im Jahr davor hatte Platz 6 auch 44 Punkte. Also wir sind nicht so wahnsinnig viel schlechter. Es fühlt sich nur gerade einfach so wahnsinnig schlecht an. Und die Liga war, wenn man sich die Tabellenplatzierungen anguckt, da wo die anderen Mannschaften heute stehen, ist das alles relativ ähnlich, die ich seit fünf Jahren wahnsinnig schlecht. Ja, und da hast du natürlich jetzt hier das Faktenwissen, was du vorhin schon angekündigt hast, ausgepackt. Ich hatte mir das auch angeschaut gehabt und war auch überrascht, dass wir, ich glaube, Saison 2021, 21, 22, waren wir sogar mit 42 Punkten, haben wir sogar die Saison abgeschlossen, waren am Ende 11 da. Also es sind schon noch einige Probleme. Das war die einzige Saison, wo es nach hinten raus dann ein bisschen mehr geworden ist. Ja, ja. Aber du hast schon recht. Es ist im Endeffekt, wie soll ich das denn sagen? Bin ich bei dir. Aber trotzdem ist es auch so, dass du merkst, dann ist ja noch schlimmer, wenn du siehst, was alles möglich gewesen wäre, wenn du einfach diese, und Patrizia hat das wunderbar gesagt, die machbaren Gegner, gegen die du einfach mehr Punkte hättest holen müssen, weil du schon dort konsequenter hättest auftreten müssen. Ja, aber auch das, finde ich, ist so ein bisschen, also auch da habe ich mich mit diesem Gedanken ja lange rumgetragen und auch da muss ich, glaube ich, sagen, sind wir falsch gewickelt. Also ich kann jetzt auch nicht irgendwie als ungelernter Dreierschüler zu einer Matheprüfung gehen und dann muss der Lehrer mir sagen, die ganzen Einserschüler sind heute krank, deswegen schreibst du ja heute mal gefälligst eine Zwei. Nur weil die anderen alle deswegen schlecht sind, bin ich nicht automatisch besser. Nee, aber, also, ich verstehe das schon, auch mit den Punkten und ich glaube, ich habe das so ähnlich sogar auch vor ein paar Wochen gesagt, dass ich das Gefühl habe, wenn wir diese emotionalen Momente mehr hätten, würden wir hier anders reden. Ja. Das glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, wir hatten halt in jeder Saison davor, das zählt auch zu emotionalen Momenten, aber es ist irgendwie auch eine Errungenschaft, zumindest irgendwelche Pokalwettbewerbe. Wir hatten die europäischen Pokalwettbewerbe, wo wir meinetwegen irgendwie einigermaßen weit gekommen sind oder wir hatten halt den DFB-Pokal, in dem wir relativ weit gekommen sind. Das hast du beides relativ früh beendet in dieser Saison und dann hattest du auch keine Dreifachbelastung mehr oder sonst was. Du hast nur noch die Liga seit Wochen, auf die du dich konzentrieren musst und irgendwie klappt es trotzdem nicht. Und ja, von der Punkteausbeute ist das vielleicht auch noch voll im Soll. Aber ehrlich gesagt, würden wir gar nicht mehr Platz 6 sein, wenn die anderen hinter uns ein bisschen besser gepunktet hätten. Und das war auch vollkommen drin. Klar, dass es ein Hätte wäre wenn. Aber dieser Platz 6 ist de facto seit Wochen ziemlich wackelig, ehrlich gesagt. Und du kannst den nur halten, weil alle anderen auch nicht punkten. Also ich glaube, Platz 6 wäre eigentlich punktemäßig höher angesiedelt, wenn alle irgendwie performen würden. Und es performt aber irgendwie keiner außer Bayer Leverkusen und Stuttgart, was gefühlt die beiden Mannschaften sind, die performen. Und alle anderen machen da irgendwie so ihr Ding dazwischen. Ich finde es halt irgendwie schwierig. Es ist tatsächlich nicht so schlecht, aber es ist auch nicht das, was man sich so vorgestellt hat. Ja, und ich glaube, da hast du gerade eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir waren in den letzten Jahren dann einfach wesentlich länger noch in den nationalen oder internationalen Pokalwettbewerben. und das hat ganz viel über den Rest hinweg getäuscht oder einfach ganz viel emotional abgedeckt, was wir auch da in der Liga schon nicht hatten. Total, das stimmt. Wir hatten so viele schlechte Rückrunden. Dieses Adrenalinpflaster, was wir da in den letzten Jahren einfach bis kurz vor Schluss irgendwie auf dem Arm hatten, das hat uns jetzt einfach schon einer vor Monaten ziemlich schmerzhaft da runtergerissen. Auf jeden Fall. Das hat das auch ein bisschen überschattet. Es ist aber auch so, dass du zumindest da, du hast das immerhin immer ein bisschen als Ausrede genutzt. Das weiß ich auch noch, wo wir gesagt haben, ach, da haben wir unter der Woche gespielt und nach einem Europa-League-Spiel, da sind wir doch immer so und dann spielen wir irgendwie schlecht in meinetwegen Bochum. Ah, dann ist das halt mal so. Ah, es ist bitter, aber na ja, die haben wahrscheinlich noch das Spiel. Es war einfacher zu akzeptieren. Genau, du hattest da irgendwie die Akzeptanz und du hattest aber auch irgendwie, klar, du hast Doppelbelastung, du hast irgendwie mehr in den Beinen, du hast vielleicht ein anstrengendes Spiel gehabt, ein enges Viertelfinale, keine Ahnung. Und jetzt hast du das aber alles nicht und trittst trotzdem irgendwie zu harmlos gegen Gegner wie Köln auf, wo es jeder andere ja schafft, sonst wären die nicht unten drin. Und dann frage ich mich, warum schafft es nicht Eintracht Frankfurt? Weil die anderen haben ja auch keine Ausrede, im Endeffekt das nicht zu schaffen. Und die schaffen es. Warum haben wir dann auf einmal diese Ausrede, aber der Umbruch, aber verletzte Spieler, aber dies, das? Weil ich glaube, jede Mannschaft hat gerade irgendwas mit sich rumzutragen. Und trotzdem stehen manche komplett unten drin und werden von fast allen Mannschaften besiegt. Und dann kommt die Eintracht und sagt, ein Unentschieden reicht auch. Und da frage ich mich halt, warum passiert das regelhaft? Und warum hält uns das so zurück? Das stimmt, ja. Das ist leider so. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, hätten wir jetzt niemanden im Winter geholt und hätten jetzt hier irgendwie rumgewurschtelt mit derselben Truppe und hätten geschaut. Die Erwartungshaltung war, denke ich, bei allen von uns groß, dass auch die Transfers, die uns zumindest zu dem Zeitpunkt, jetzt im Nachhinein sieht man natürlich, oh ja, hat lange nicht gespielt, ist eher vielleicht noch was für die Zukunft oder war vielleicht auch mal jetzt nicht unbedingt der ideale Transfer oder ist leider verletzungsbedingt, jetzt steht nicht mehr zur Verfügung. Aber ich muss dir wirklich sagen, ich habe mich von der ganzen Sache ein bisschen darüber hin wegtäuschen lassen, dass eben genau diese Rückrunde nicht wieder so eine, oh Mann, oh Mann, oh Mann, mal sehen, was wir hier an Punkten holen. Und insbesondere, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, der Spielplan ist eigentlich so ausgelegt gewesen, dass wir am Anfang der Rückrunde die Punkte holen müssen, weil am Ende die Gegner deutlich, deutlich stärker werden. Jetzt bist du schon wieder und da nehme ich euch nochmal auf, was ihr vorhin schon gesagt habt, um diesen Platz zu halten, darfst du dir jetzt eigentlich hinten raus nicht mehr die Riesenböcke leisten und musst einfach auch einen Überraschungssieg gegen Mannschaften gehen, die du es eigentlich nicht einen Plan kannst holen. Das ist sicherlich nicht zufriedenstellend und da ist dann egal, ob 42 Punkte jetzt in der Schlusstabelle nach 28 Spieltagen gut, schlecht oder irgendwie doch noch in der Regel ist, sondern es ist einfach die Situation gebunden an die ganzen Dinge, die wir jetzt erlebt haben, seit Winter mit ordentlich doch wieder Geld ausgegeben, große Erwartungshaltung auch, dass du vielleicht mitspielen kannst, dass du vielleicht sogar in allen drei, waren wir zum Winter noch in drei Wettbewerben, ich weiß gar nicht, wann sind wir ausgeschieden? Der DFB-Pokal war schon vor, wann sind wir gegen Saarbrücken ausgeschieden? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, also mindestens zwei Wettbewerbe, wäre da noch der dritte vielleicht mit gewesen. Also es sind Sachen, wo meine Erwartungshaltung war einfach, du hast eine Chance, wenn es einigermaßen jetzt ins Rollen kommt, dann hast du wirklich eine Chance, überall mitzuspielen. Jetzt bist du schon wieder darauf angewiesen, oh Mann, hoffentlich hältst du es irgendwie, du musst ein paar Punkte noch holen nach 28 Spieltagen. Ich bin nicht zufrieden und ich bin auch nicht zufrieden, wenn ich mir die Punkte angucke. Die Erwartungshaltung wurde bei mir zumindest persönlich höher gesetzt. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Vielleicht habt ihr auch gleich gesagt, ach, ich bin eher skeptisch, mal gucken, die Eintracht, hätten wir vielleicht sein müssen. Da habe ich mich vielleicht auch von den letzten Saisons ein bisschen treiben lassen. Aber es ist schon für mich, ich bin traurig, dass wir es nicht hinbekommen haben, zumindest auch eine kleine Entwicklung reinzubekommen, um eine Stabilität reinzukommen und zumindest zu sagen, die Plätze sind gegen die Gegner unten, die spielen. Da haben wir schon mal die Punkte gesammelt und wir sind nicht darauf angewiesen, jetzt hinten raus nochmal Spieler auch zu gewinnen, die eigentlich sehr, 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 sehr schwierig nur zu unseren Gunsten entschieden werden können. Aber gut, das ist halt jetzt so. Gegen Stabilität sind wir ausgeschieden am 6.12. im Achtelfinale. Ah, okay. Also war es sogar noch vor der... Genau. Sollen wir jetzt mal vergleichen, weil du gesagt hast, irgendwie Hinrunde, Rückrunde. In der Hinrunde am 11. Spieltag der Hinrunde hatten wir 18 Punkte. Jetzt am 11. Spieltag der Rückrunde haben wir 15 Punkte. Also wir liegen ein Sieg hinter unserer Hinserie. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, aber das war ja fürchterlich. Also Hinrunde, die ersten Grade haben wir ja auch schon gesagt. Das ist ja nichts, wo wir uns jetzt freuen müssen, sondern es ist ja eher grauenvoll und das heißt ja im Rückfluss auch, okay, da müssen wir eben jetzt gegen Gegner gewinnen, die eben eher ein bisschen Hochklassiger spielen. Ist das halt so? Haben wir ja in der Hinrunde auch gemacht. Genau, dann ist es halt so. Dann machen wir das jetzt. Ja. Also ich schreibe die Saison noch nicht ab. Ich glaube schon, dass da jetzt einfach in den kommenden Spielen noch was geht und ich sehe das nicht so krass negativ wie viele andere. Das ist ja auch gut so. Aber es ist einfach, oder bist du denn auch so negativ gesetzt wie ich, dass du auch eine Erwartungshaltung hattest auf einmal im Winter, nachdem eben die Transfers dann veröffentlicht wurden, wo du gedacht hast, ah, endlich ein Stürmer. Mensch, wir haben alle auf den Stürmer gewartet. Jetzt holst du sogar gleich zwei. Wahnsinn, auch wenn sie nicht sofort vielleicht so helfen können, aber ein paar Spiele, ein Spiel Zeit brauchen und dann rappelt es hier ordentlich in der Kiste. Es war für mich zumindest ein Ansatz der Hoffnung da. War das bei dir nicht so? Warst du gleich skeptisch? Ja, gleich skeptisch war ich nicht. Also ich hatte schon eine gewisse, eine gewisse Hoffnung hatte ich durchaus da. Aber sie war jetzt nicht so wahnsinnig groß, weil ja schon irgendwie klar war, dass du in Karlajčić, dass der einfach verletzungsanfällig ist. Auch wenn wir alle ja die Daumen gedrückt haben, dass das nicht so ausgeht. Aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass er da einfach vorbelastet ist. Und in Ebimbe wollte ich schon sagen, EGT haben wir ja mehrfach schon versucht und haben ihn nicht bekommen. Und da war ja auch klar, dass da irgendwas sein muss, weswegen wir jetzt auf einmal eine Möglichkeit haben, da durchzukommen. Also es ist ja jetzt auch nicht, weil jetzt irgendwie, weil nicht die Pariser Führungsriege auf einmal montags morgens aufnahmsweise mal mit dem linken Fuß und nicht mit dem rechten aufgestanden ist und gleich irgendwie Nächstenliebe er für sich entdeckt hat. Und deswegen irgendwie Spieler verschenkt. Also da muss es ja auch irgendeinen Grund geben. Naja, verschenkt. Da muss man ja auch sagen, teuer genug wird er ja auch. Ja, teuer genug wird er auch. Aber wenn der gerade irgendwie super am Kommen wäre, dann würden sie den ja jetzt auch nicht unbedingt hergeben oder zu ganz anderen Konditionen. Aber ist das in Paris? Also ich muss tatsächlich sagen, da war ich vielleicht zu naiv. Ich hatte gedacht, er kriegt keine Chance in Paris, was aber auch in Paris eben nicht umlegt, was heißt. Dem ist es doch trotzdem egal, ob da einer auf der Bank sitzt und halt irgendwie 5 Millionen im Monat kostet, angehalten. Das interessiert die doch auch nicht. Ja, wahrscheinlich sogar eher 10, oder? Aber gut. Ja, selbst das interessiert die doch nicht. Ja, gut. Ja, sicherlich. Da kauft der Scheich halt nochmal irgendwie ein paar Bärrel Öl und dann war er das. Also das kratzt die doch im Leben nicht. Wahrscheinlich hast du recht, ja. Also eine gewisse Hoffnung war da, aber ich hatte jetzt auch nicht die wahnsinnig große Erwartungshaltung, dass das jetzt irgendwie so komplett irgendwie deswegen durch die Decke geht. Aber war das nicht so eine absolute Schwäche? Also Patrizia, wie war es denn bei dir? Hast du nicht auch eine große Hoffnung gehabt? Weil das ja eigentlich so zumindest in meinen Augen ein der Hauptprobleme der Hinrunde in Anführungszeichen, aber der Eintracht nach dem Abgang von Kolo schon dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, wenn hier ein Stürmer da wäre, der wieder verwerten könnte von kaltschnäuziger Stürmer, dann sind wir wieder absolut wettbewerbsfähig. Weil, na klar, Mamouche hat das auch vorher schon ganz ordentlich gemacht. Aber war das bei dir da auch eine gewisse Hoffnung da oder warst du auch eher zurückhaltend? Hoffnung auf jeden Fall. Also man hatte ja zumindest, hat man es immer darauf geschoben, dass das einer der, zumindest ein großer Grund ist, weshalb es vielleicht nicht so gut läuft, beziehungsweise, dass es ein Teil der Lösung sein könnte zumindest. Und ich fand, das war auch vor allem mit Kalajcic am Anfang, das waren Ansätze. Ich hätte das viel, viel lieber noch, sehr, sehr lange gesehen, über die Saison hinweg. Weil ich glaube, das hätte echt gut funktionieren können, weil er eben diese, weil ich habe das Gefühl, aktuell fehlt uns so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Rest der Mannschaft und wirklich der Offensive. Da sind so große Lücken zwischen diesen beiden Ketten, zwischen Mittelfeld und Sturm. Dass die Stürmer oder Angreifer ja überhaupt gar nicht in Szene gesetzt werden, außer eben, wie gesagt, du machst mal so einen Pass irgendwie über, was weiß ich, wie viel Meter oder du spielst mal einen langen Ball. Und Kalajcic war eben der, der sich so ein bisschen fallen gelassen hat. Der hat dann mitgespielt, der hat auch den Spielmacher gemacht und dann hatte Mamouche wiederum den Platz, mit Tempo zu kommen. Und ich glaube, das hätte im Zusammenspiel gut funktioniert. Das haben wir jetzt eben nicht. Und das fehlt mir aber aktuell auch total, dass du da irgendwie so ein Bindeglied dazwischen hast. Und ich glaube schon, also mich hat das schon auch sehr gehypt, zu wissen, hey, wir haben gleich zwei Stürmer geholt im Winter. Das könnte echt was geben. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Eintracht jetzt dadurch auf einmal Champions League-Aspirant ist. Aber ich hatte mir schon zumindest ein bisschen Variabilität im Spiel erhofft, ein bisschen mehr Punch. Und das fehlt jetzt halt leider immer noch. Also klar, Hoffnung hatte ich auf jeden Fall, dass das nicht damit komplett gelöst ist, alle Probleme vom Tisch oder dass es dadurch eine direkt, eine leichtere Saison wird, weil es sind immer noch neue Spieler und es ist immer noch, auch wenn wir es alle nicht mehr hören können, es ist eben eine Umbruchssaison. Mal wieder. Und das wird immer ein bisschen holprig sein und das wird immer ein bisschen schwierig sein, aber ich hatte zumindest gehofft, es wird es zumindest erleichtern. Und es hätte es vielleicht auch erleichtert, aber das haben wir jetzt eben nicht. Deswegen, klar, auf jeden Fall, habe ich Hoffnung gehabt. Jetzt vielleicht nicht die allergrößte, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, naja, ist egal, das hilft uns jetzt auch nicht und diese Saison ist eh nichts drin, weil das ist halt de facto nicht so. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber gut, hätte, hätte, kann man ja nur sagen. Ja, genau. Also es ist halt schon bitter, aber wenn man es so in dieser Nachbetrachtung, man verpasst oder für mich ist das auch schön, das jetzt nochmal nachzubereiten und zu denken, wie war denn überhaupt meine Erwartungshaltung? Was habe ich denn mir nach dieser, ja, auch nach diesen Transfers, Hoffnungen, ja, sicherlich nicht Champions League, aber genau das, dass du probate Mittel findest, um vielleicht auch mal aus Standards was zu machen, muss ich tatsächlich, habe ich gedacht, vielleicht mit einem Stürmerwitz was, der mal was gefährlich machen kann, dass du zumindest gegen diese Gegner, die unten in der Tabelle stehen und auch da zurecht stehen, dass du dir da deutlich leichter tust. Das ist gut, das fehlt dir. René, du hast gesagt, in der Runde sind wir sogar in den Elfspielen, in der Rückrunde sind wir sogar noch schlechter als in der Elfspiele in der Hinrunde, in den ersten Elf, ja, ist halt bitter und kannst jetzt eh nicht ändern. Ein Sieg, okay. Oder nochmal drei Unentschieden mehr. Noch drei Unentschieden mehr. Noch drei Unentschieden mehr. Schön, schön. Oh Mann. Gut. Ja, die spannende Frage ist ja jetzt, was bedeutet das denn für das Stuttgart-Spiel? Weil, ne, Dennis, du hast es vorhin gesagt, was wir jetzt eigentlich mal tun müssen, ist so eine Mannschaft, eine Aufstellung und das irgendwie durchziehen, weniger rumhantieren. Glaub ich, gegen Stuttgart funktioniert das nicht. Ibimbe ist gesperrt mit der fünften gelben Karte. Tuta, haben wir jetzt heute erfahren, ist für zwei Spiele dank seiner gelb-roten Karte, die in rot um, glatt-rot umgewandelt wurde. Für zwei Spiele gesperrt. Das heißt, der wird gegen Stuttgart und gegen Augsburg ausfallen. Skiri ist fraglich, war jetzt heute nicht im Training dabei. Der scheint immer noch Wadenprobleme zu haben. Eketike war auch nur individuell unterwegs. Da weiß er nicht, sind die Adduktorenprobleme da jetzt irgendwie durch. Larsson könnte zurückkommen in die Startelf. Der hat zumindest das Mannschaftstraining wieder jetzt soweit durchgezogen. Da war ja am vergangenen Freitag die Maßgabe von der medizinischen Abteilung, so hatte ich das in der Pressekonferenz verstanden, maximal 45 Minuten Einsatz. Deswegen hat man sich dann da entschieden, nicht mit ihm zu starten, sondern ihn später einzuwechseln. Der könnte aber dann zurückkommen. Bedeutet aber ja auch, wir müssen wieder ein bisschen jonglieren, oder? Wie seht ihr das? Also notgedrungen müssen wir. Also ich kann jetzt, ich könnte jetzt nicht Nein sagen, aber was erwartet ihr denn, wie denn da jetzt dann aufgestellt wird? Patricia, du bist doch hier Aufstellungsfachfrau. Ja, ich habe da so ein bisschen hin und her geschoben. Mein Problem ist aber immer noch Skiri, ehrlich gesagt. Den hätte ich schon gern zurück, weil dann wird es aufgehen für mich. Ich weiß es halt nicht. Der hat halt heute individuell trainiert. Keine Ahnung, ob das reichen wird bis Samstag. Wahrscheinlich auch, wenn, dann nicht für 90 Minuten, gehe ich mal von aus. Ja, also Trapp im Tor ist ja klar. Koch und Paco in die Innenverteidigung, weil dann hört es auch bald schon wieder auf mit den Innenverteidigern. Ja, und dann, wie gesagt, ich bin ein großer In-Kunku-Fan, deswegen würde ich ihn eigentlich gerne starten. Auf der anderen Seite tue ich mich ein bisschen schwer. Buta ist ja wohl aus Leistungsgründen komplett rausrotiert zuletzt. Hätte ich jetzt aber eigentlich in Erwägung gezogen. Ansonsten halt wieder Collins. Aber wenn du ja vorhin meintest, Collins in Kunku ist vielleicht ein bisschen zu offen und dann gegen eine Mannschaft wie Stuttgart mit schnellen Spielern und auswärts. Ja, Collins ist halt eigentlich nicht der klassische Innenverteidiger. Der kann zwar rechter Innenverteidiger spielen, aber du hast ja jetzt auch gegen Bremen schon gesehen, der hat schon so einen natürlichen Drang nach vorne. Der ist halt eigentlich eher so... Ich hätte den auf die Außenbank, also nicht Rechtsverteidiger halt gestellt, ja. Ja, aber dann brauchst du dann noch einen dritten Innenverteidiger. Brauche ich nicht, ich kann ja Viererkette spielen. Ah, okay, das wäre nämlich dann die andere Frage gewesen, gehst du in ein anderes System? Ja, wahrscheinlich ja, hätte man dazu sagen können. Ja, der hilft nicht. Weil ich sonst... Ansonsten müssen wir halt Hasebe in die Mitte stellen, oder? Also Smolcic ist ja irgendwie außen vor anscheinend. Ja, Smolcic und ja, wäre der einzige Innenverteidiger noch, aber ja, so richtig... Und dann war es das ja schon. Den müsstest du dann eigentlich in die Mitte stellen, weil der ist... Oder halt nach links, weil der ist halt Linksfuß. Den kannst du halt schlecht nach rechts stellen. Deswegen wäre ich jetzt irgendwie schon so Richtung Viererkette gegangen, ehrlich gesagt, weil du dir dann zumindest einen Innenverteidiger sparst, wenn du eh schon keine hast. Ja. Und dann wärst du auf... Als Linksverteidiger dann mit Nkunku und Rechtsverteidiger wäre dann... Das hatten wir doch gegen dem auch, oder nicht? Collins. Ja, da war halt Max der Linksverteidiger. Ja, und Collins rechts, oder nicht? Genau. Ja. Wir haben mehr in der Viererkette als in der Dreierkette gespielt, das ist richtig. Ja. Deswegen würde ich schon bei der Viererkette bleiben in dem Sinne. Ja. Weil wir halt wirklich nicht viele Innenverteidiger haben. Ich bin auch am überlegen, also ich würde in Nkunku schon eigentlich gerne stellen, weil ich immer der festen Überzeugung bin, mit ihm läuft es irgendwie besser nach vorne. Ja. Ob es dann zu offensiv ist, wenn Collins noch dabei ist, keine Ahnung, muss mir dann der Trainer sagen. Ich würde es vielleicht einfach versuchen, weil im Endeffekt gegen Stuttgart so viel hast du halt nicht zu verlieren, weil ich rechne ehrlich gesagt nicht mit einem Sieg. Oder ich hätte vielleicht für dich eine Lösung wie beides gehen könnte. Du stellst doch Max als den Linksverteidiger und du ziehst Nkunku weiter nach vorne. Müssen wir vielleicht sogar, wenn wir gleich zum Mittelfeld kommen. Müssen wir vermutlich auch. Weil, genau, ich hatte jetzt eigentlich geplant, eher so ein 4-3-3, 4-1-2-3 zu spielen. Und dann hast du Skiri und Larsson und Götze in diesem Mittelfeld. Wobei Larsson und Götze für mich so ein bisschen die offensiveren Optionen sind. Also, vor allem Götze ist da so dieser Dreh- und Angelpunkt, den ich so als einen Achter stellen würde, der aber sowohl nach hinten in so ein 4-3-3 rücken kann, oder halt so ein 4-2-1-3, 4-1-2-3, je nachdem, mit nach vorne gehen kann. Und eben dieses Bindeglied, was ich meinte, was mir fehlt, dieses Bindeglied machen kann. Weil jetzt gegen Bremen war er ja die Doppel-6, beziehungsweise Doppel-8, was auch immer im Endeffekt. Und hatte diese defensivere Rolle in. Und ich finde, da ist er ein bisschen verschenkt. Und ich verstehe auch, dass das manchmal nicht anders geht, weil Verletzungen. Aber ich sehe ihn tatsächlich lieber so ein bisschen weiter vorne, weil er ja schon auch echt gute Ideen, gute Pässe. Das ist halt schon ein guter Spielmacher. Und den hätte ich gern weiter vorne. Deswegen war meine Vision, wenn wir Skiri fit bekommen, dass du die drei irgendwie zusammen in diesem Mittelfeld hast und Götze dann so ein bisschen je nach was gebraucht wird, vor- und zurückgehen kann. So ein Zwischenspieler ist. Wenn uns aber Skiri wegfällt, müssen wir gucken. Könntest du noch mit Van de Beek auf der Position noch spielen, oder? Zur Not. Ist am ehesten. Also ich weiß nicht, ob Topmeller mit ihm spielen würde. Und ich weiß auch nicht, wie, ob er realistisch gesehen so weit weg vom Rest des Kaders ist. Weil ich kann's und will's mir, glaube ich, aber auch nicht vorstellen. Ich würde gern mal Justice for Donny, ehrlich gesagt, ihn mal, ja, ich würde es ihm irgendwie gern mal gönnen. Aber das Problem ist klar, er hatte jetzt schon Einsätze. Er hatte ja auch Einsätze, die waren auch in Ordnung. Ich fand ihn jetzt meistens nicht abgrundschlecht. Er hat jetzt auch nicht gezaubert, aber ich glaube, das kannst du auch nicht erwarten bei den wenigen Einsatzzeiten. Von daher ist es, glaube ich, eine solide Option, wenn du nichts anderes hast, vor allem. Ja. Also ich hätte jetzt in so einem 4, 2, 2, 2, 2 mehr oder weniger aufgestellt. 4er-Kette, Max, Paco, Koch, Collins. Die beiden 6er, Schrägstrich, 8er, Larsson und Götzig gehen davon aus, dass wir Skiri nicht 100% fit bekommen, dass wir den eher im Zweifelsfall versuchen, wirklich für Augsburg, was ja dann das übernächste Spiel ist, hinzubekommen. Ich hätte Knauf auf die rechte 10er-Position gesetzt und einen Nkunku links. Damit wäre der dann auch drin und vorne Maumusch und Schaibi. Auch okay, obwohl mir die Variante Du hast halt wahnsinnig viel Speed dann davon. Du hast halt 4 durchaus schnelle Spieler. Ja, das ist halt die Frage, wie kann Götze da auch wieder als, das ist nämlich richtig, was Patrizia sagt, dass genau diese, der Weg ist oft zu lang zwischen Mittelfeld und Sturm. Ja, klar, kannst du mit langen Pässen oder mit ein bisschen Steckpässen da vielleicht arbeiten? Weiß ich nicht, müsste man probieren. Also würde mir auch nicht schlecht gefallen, die Variante von dir. wenn ich es richtig verstanden habe, heute sehr viel so Steil-Klatsch- Varianten irgendwie im Training geübt und dann hast du einen Götze auf einer 8er-Position, der halt dann diesen vorletzten Pass auf irgendwie, weiß ich nicht, einen in der Spitze, einen auf der Außen spielt und dann müssen die da vorne halt mit Doppelpässen agieren, damit du hinter die Kette kommst. Die werden halt aber ordentlich zu tun haben, ich vermute leider, dass das Problem ist. Die werden sich die Seelen aus dem Leib brennen, ja definitiv. Auch wenn du aber auf der 6 mit nur dem Larsson dann als defensive Option und Götze soll nach vorne das machen. Ich glaube tatsächlich, dass eine Doppel-6 da mit einer klassischen Doppel-6 und Götze als 8er davor. Ja, dann brauchst du aber definitiv Skiri noch mit dabei oder, ja, ich weiß nicht, Van de Beek, ja, weiß nicht, ist ja der klassische, die klassische 6. Oder du spielst mit Hasebe auf der 6, aber ich glaube nicht, dass Hasebe jetzt ehrlich gesagt die erste Wahl ist, weil der war ja jetzt komplett, also wirklich komplett außen vor und ich weiß nicht, ob man den jetzt, ob das das Experiment ist, ihn jetzt zu reaktivieren für dieses eine Stuttgart-Spiel, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Zu viel Tempo auch im Spiel, glaube ich, das wird dann für ihn wirklich schwierig. Du hast da, du hast halt auch wahnsinnig schnelle und bullige Offensivmenschen dann auch bei Stuttgart, du hast auch da schnelle Außen mit einem Führig und so weiter, also das wird halt schon, das wird halt schon tricky. Ja, aber ja, deswegen ist dann meine Frage so ein bisschen, warum nicht Van de Beek ehrlich gesagt, wenn Skiri nicht fit ist oder nicht für 90 Minuten fit ist. Okay, und du würdest dann wirklich Van de Beek, Larsson, so eher auf der 6er-Position, dann Götze eher davor und dann mit so einer 3er- oder 2-plus-1-offensiv-Reihe davor. Ja genau, davor hätte ich die 3 Angreifer, also Mamouche sowieso gesetzt und dann Knauf und Schäbi. Finde ich gut. Und dann kannst du halt gucken, also mir gibt es so ein bisschen Sicherheit, dass du die Möglichkeit hast, ein 3er-Mittelfeld zu stellen, dass du aber auch in Angriffen noch einen aus dem Mittelfeld vorziehen kannst. du hast schnelle Spieler auf den Außen mit einem Kunku und Collins, die ja, hoffentlich einigermaßen Stuttgarts Tempo matchen können. Du hast auf jeden Fall eine stabile Innenverteidigung mit Koch und Paco und dann musst du halt gucken, wie es spielt, also dass es sich auch ein bisschen flexibel aufstellt, ehrlich gesagt. Also da musst du halt gucken, wer geht, wer lässt sich vielleicht ein bisschen fallen, wer, ne, also situativ einfach. Es ist halt alles so ein bisschen, ja, situationsbedingt, ne, also ist vielleicht jetzt nicht die allererste Elf, aber ich, ja, man versucht halt so die Achse einigermaßen sicher zu haben. Du könntest ja auch taktisch, ähm, falls es gar nicht aufgehen sollte oder du merkst hinten, dass, äh, ein Kuku irgendwie überrannt wird über die Seite und das sollte an der Stelle nicht funktionieren, kannst du es ja relativ leicht taktisch auch dann wieder umstellen, indem du ähm, noch Max dann wieder bringst und Van de Beek äh, rausnehmen würdest, falls er wirklich nicht performen sollte, hast du ja trotzdem dann diese Achse wieder, die auch René schon aufge, äh, also das wäre ja theoretisch eine relativ schnelle, schnelle Umsetzung, das auf den Platz auch dann zu bringen. Da musst du nicht viele Spieler wechseln. Wenn das System wirklich nicht aufgeht oder du merkst, dass die Außen völlig über, überrannt werden, dann kannst du ja da, finde ich, mit wenig Mitteln relativ gut nach, reagieren. Okay, ja. Ich vertraue da der, der Aufstellungsfachfrau. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man mir da vertrauen sollte, aber wir tun das jetzt an. In meinem Kopf ging es einigermaßen auf. Ja, das ist doch, das ist doch schön. Wenn es in deinem Kopf aufgeht, dann geht das auch in unserem Kopf auf. Und Patrizia, du hast ein gutes Problem ja erkannt und versuchst eine Lösung zu finden, nämlich mit der zu langer Weg zwischen Mittelfeld und Offensive. Das ist ja tatsächlich ein bekanntes Problem. Leider ja. So, wir sind hier lösungsorientiert. Hervorragend. So ist es. Wie lösungsorientiert bist du denn bei dem Thema Ergebnis-Tipp, Patrizia? Ich habe ehrlich gesagt ein sehr schlechtes Gefühl, aber ich glaube, das haben einige. Klar, Stuttgart, vielleicht ja ein Gegner, der uns liegen könnte, weil ist ja eigentlich gar nicht so schlecht und bla bla bla. Aber ich glaube, die sind aktuell halt einfach sehr gut in Form und die haben eben das, was bei der Eintracht fehlt. Die haben sich in diesen Flow gespielt, die haben diese Euphorie, die haben diese Erfolgserlebnisse, die spielen eben diese Underdog-Saison, die die Eintracht zuletzt ja auch immer mal gespielt hat. Dieses, ach, keiner hat mit denen gerechnet, aber jetzt sind sie da oben. Und das haben die gerade und wir wissen alle, wie es sich anfühlt. Und wir wissen auch alle, was es für eine Wirkung auf eine Mannschaft hat und dass sich das da irgendwie echt nicht so, da lässt du dich echt nicht so leicht aus dem Konzept bringen, wenn du halt, wenn du das einmal hast. Deswegen glaube ich, wird es sehr, sehr, sehr schwer. Und realistisch gesehen würde ich denken, verliert die Eintracht. vielleicht 1 zu 3 oder so. Aber ich hoffe halt, dass es ein 2 zu 2 wird, weil die Eintracht ja unentschieden spielen kann. Dann zeig uns doch gern mal ein Unentschieden, weil gegen Stuttgart nehme ich einen Punkt mit. Da sage ich auch ehrlich, dann beschwere ich mich auch nicht, wenn es ein Punkt ist und sage nicht, ach, das wären aber drei, weil nee, gegen Stuttgart verlange ich gar keine drei Punkte. Ich hätte vielleicht gegen andere Mannschaften drei Punkte verlangt, aber nicht gegen Stuttgart. Von daher, wenn du dann 2 zu 2 da hinlegst, ein 1 zu 1 da hinlegst und mir einen Punkt mitbringst, auswärts in Stuttgart, dann sehr gerne. Also, ich tippe mal ein Unentschieden einfach nur auf Wunschbasis. Okay. Also Wunschbasis wäre natürlich ein Sieg, aber so eine realistische Wunschbasis. So eine realistische Wunschbasis. Okay. Patricia hat vorgelegt, kurz vor Herzinfarkt, als sie gesagt hat, wir verlieren gegen Stuttgart. Dennis, dir ging es glaube ich ähnlich. Was ist denn dein realistisches Wunschergebnis? Mein realistisches Wunschergebnis? Mein Wunschergebnis ist ein 1 zu 0 für die Eintracht und wir machen es mal aus einem Standard. das ist mal was ganz Verrücktes. Ist es dein Wunschergebnis oder ist es tatsächlich auch dein realistischer Wunsch? Mein realistisches Wunschergebnis wäre, ich denke, du kannst da schon mit einem Unentschieden arbeiten, aber ich will jetzt mal das mal gewinnen. Also dementsprechend, ich sage 1 zu 0. 1 zu 0 für die Eintracht. Ja, ohne Gegentor können wir nicht. Also, das Ding ist halt einfach drin. Ich sehe aber schon auch trotz dessen, dass wir ein bisschen rotieren müssen und so weiter. Sehe ich schon, dass wir gegen Stuttgart Möglichkeiten haben. Die werden uns wesentlich mehr Räume anbieten. Wir müssen uns nicht so sehr darauf konzentrieren, das Spiel von unserer Seite aus machen. Von daher gehe ich auch eigentlich eher von einem knappen Sieg aus und würde deswegen sagen, die Eintracht gewinnt 2-1. Das ist so wundervoll. Also, man muss ja wirklich sagen, wenn das hier jetzt eine abgetrennt vom Rest hört, denken wir. Also, vielleicht eine Erklärung zur Einordnung, ihr müsst auch die ersten rund 1 Stunde 15 hören, wo wir komplett im Loch waren, komplett irgendwie uns niedergeredet haben oder zumindest gewisse Teile von der Truppe hier. Und jetzt sind wir eigentlich davon besorgt, dass es entweder ein super tolles Unentschieden wird oder die Eintracht sogar gewinnt. Das ist so skurril, wunderbar. Nein, das ist wunderschön. Es wird auch mal Zeit. Wir haben vorhin über Glück und vielleicht kriegen wir mal einen Elfmeter. Das muss ja irgendwann gleicht sich sowas wieder aus. Ganz ehrlich, Robin Koch ist da im absoluten Bärhack in bester Wrestling-Manier von dem Bremer Abwehrspieler und nicht mal der VAR schaltet sich ein. What the fuck? Also ganz ehrlich, wenn das kein Foul ist, dann musst du dem Gegenspieler demnächst irgendwie einen Kopf abreißen, damit es gewertet wird. Und auf der anderen Seite kommt irgendwie so ein Luftstoß und es wird so getan, als wenn das irgendwie, weiß ich nicht, Mordanschlag wäre. Das kann uns jetzt aus so einem Loch holen. Wenn du hier jetzt mal schön gegen Stuttgart gewinnst, auf einmal ist die Welt wieder heile, heile, hast du genug Punkte Abstand auch, bist du hier, kannst du auf Platz 6 nach Hause segeln. Das wäre auch wieder so typisch, ne? Ja. Das wäre so typisch, nachdem du dich wochenlang aufregst und denkst, ja toll, jetzt haben wir alle vermeintlich leichten Gegner verspielt und jetzt kommen irgendwie nur noch mit Ausnahme vielleicht von, weiß nicht, Gladbach oder wer da noch ist. Augsburg ist noch dabei. Augsburg, ja, wobei die ja mittlerweile direkte Konkurrenz sind anscheinend. Denkst dir so, naja, jetzt haben wir es verspielt und dann kommt die Eintracht um die Ecke und sagt, ach so, nee, gegen Stuttgart, da kann ich auf jeden Fall gewinnen. Und man fragt sich so, okay, danke, aber hä, warum? Und warum jetzt? Und was hat euch abgehalten? Was hat euch bisher davon abgehalten? Ja. Ja, genau. Aber natürlich können wir es mitnehmen. Ja, definitiv. Unbedingt. Definitiv. Aber schauen wir, es bleibt spannend. Das ist ja das Schöne, es bleibt spannend. Ja. Dann werden wir nächste Woche drüber sprechen, wie sehr wir uns drüber freuen, dass die Eintracht gegen Stuttgart gewonnen hat. Mal gucken, wie dann die direkte Konkurrenz Augsburg, die ja am Freitag, wenn ich mich nicht vertue, sogar schon spielt. Und gerade gucken, ja, genau, die spielen am Freitag schon. Und vielleicht können wir ja dann auch schon über den deutschen Meister der Bundesliga Saison 2023, 2024 sprechen. Vielleicht das kurze Frage zum Abschluss an euch. Glaubt ihr, Leverkusen macht das jetzt am Wochenende safe? Am Wochenende? Gegen wen spielen die? Also sage ich wahrscheinlich gar nicht. Die spielen am Sonntag gegen Bremen und vorher spielen die Bayern Samstag schon gegen den FC. Es wäre natürlich jetzt auch ganz typisch, dass ausgerechnet der 1. FC Köln quasi am Samstag Leverkusen auf der Couch schon zum deutschen Meister war. Ja, das wäre irgendwie. Das wäre auch so komplett die schräge Story. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Hahaha. Ja. Nee, aber irgendwie nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber die Woche drauf ist dann glaube ich fertig. Die Woche drauf, ja, wenn beide gewinnen, dann ist es definitiv die Woche drauf ist es dann durch. Ich glaube nicht, dass ausgerechnet gegen Bremen Leverkusen federn lassen wird. Nee, die werden wieder, dann spielen die entweder 0-0 oder die liegen irgendwie hinten, aber die drehen es mal wieder in der 90. plus 3, keine Ahnung. Die schaffen das ja immer irgendwie kurz vor Schluss das Spiel noch zu gewinnen, trotz allem. Ja. Ja, bitte und da bin ich schon neidisch auch. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen bitter, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie faszinierend mit anzusehen. Ja, ein bisschen Neid ist da, aber gut. Gut, so soll es mal sein. Schön, dass mal die Bayern nicht sind. Alles gut. Ja, können wir dann noch drüber diskutieren, ob jetzt Leverkusen out of all der beste Alternative dann da ist. Nein. Ich meine, es würde immer noch schlechter gehen, aber es würde auch durchaus besser gehen. Ja, so ist es. Gut. Dann machen wir aber jetzt in diesem Sinne mal den Sack zu, dann kann der ein oder andere vielleicht jetzt noch die zweite Halbzeit der Champions, der aktuell laufenden Champions League Spiele sehen. Wir entlassen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in diese Restwoche. Wir wünschen euch ein möglichst angenehmes Fußballwochenende und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschöö. 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 Tschööö. 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 ey, eh estrelle Mann, would ey, ey, eyseチ 시간 auf Mad und ey, hey, ey, occupied ey, ey, hey, hey ey, ey, ey Untertitelung des ZDF, 2020